servus meine lieben freunde und willkommen zu einem neuen unboxing video von der degustabox aus dem monat januar ja hat jetzt ein bisschen lange rumgestanden die degustabox weil ich ja leider krank war jetzt bin ich wieder einigermaßen fit und jetzt werde ich es mal unboxen da hat jetzt auch schon mein sohn etwas gegessen hat meine freundin mir gesagt aber ich weiß leider nicht was das werden wir dann jetzt herausfinden wenn da schon was fehlt ne gut hier haben wir das loot book fit ins neue jahr ist das thema ok so haben wir von debelei den mittelscharfen senpfe als probieraktion also probieraktion kennt man ja eh also ich kenne den weil debelei ist ja bayerisch kommt er aus bayern weiß gar nicht wo kommt ein debelei her wo kommt das denn her und aus unterhaching stimmt ist ja gleich bei mir in der nähe aus unterhaching ja der brei so hier haben wir schon mal was da ist schon was offen die kleinen sticks die hat man auch schon mal drin gehabt schon das dritte mal jetzt glaube ich die schmecken so geil waren zwar auch ich glaube die waren auch schon mal drin aber man aber die waren schon lang schon längere zeit nicht drin hier riecht das ist ja wahnsinnig aber nach nach gut so dann haben wir von alpro kokosnuss original ja also kokosnuss milch ist nicht so meins dann haben wir von debelei honig senf dressing auch als probieraktion oder probierpäckchen das sieht cool aus honig senf dressing okay da sind früchte yoghurt früchte cereal und natürlichen yoghurt ist da drin sowas wie für kinder aber weißt du nicht sowas mag ich überhaupt nicht so in so einem tetrapack so ein smoothie zeug ach mag ich überhaupt nicht so was haben wir hier früchte superfood drink mit chiasamen limette und ingwer der kleine sattmacher haben wir mal wieder sowas drin ich werde es mal probieren wie gesagt das war ja eigentlich immer ganz gut ne oder ich weiß jetzt gerade nicht ob ich sowas auch schon mal getrunken habe also riechen tut es nicht gut okay stimmt riechen tut es nach limette und ingwer und davon bin ich überhaupt kein fan von den beiden sachen also wenn jetzt ist ein anderer geschmack wäre wäre super aber limette und ingwer mag ich mag ich überhaupt nicht aber so ist es eigentlich nicht ganz schlecht so dann haben wir von ähm liebten urkorn ja ein brot ein schönes brot vollkornbrot ein Eiweißbrot sogar okay esse ich nicht sind mit zu viele körner drin red bull sugar free ich habe zuerst red bull gelesen und dann wegen zucker frei aber komm mach mal auf was soll der geiz ohne zucker also riechen tut es echt ganz normal wie ein red bull schmeckt auch ganz normal wie der red bull ich dachte es ist zuckerfrei ganz normal also wenn du jetzt so da hinstellen würdest normales red bull und ohne zucker ich würde da jetzt überhaupt kein unterschied schmecken ja okay oder echt komisch ja ein bisschen wenn du runterstuckst merkst du schon dass da ein bisschen wenig zucker zucker drin ist wenig aber ansonsten ist okay top so dann haben wir von oh hat diesmal dewelei was ausgegeben haben wir von dewelei joghurt dressing ja auch cool na so ne sachen sind doch mal geil gut der mittel schaffer senf ist jetzt nicht so aber honig senf dressing und der joghurt dressing ja das ist schon coole sachen so und dann haben wir hier ein siena toskanischen physisch das ist der der so gut riecht von mesma oh Entschuldigung so haben wir mal mit einem tierchen so was haben wir hier ach hier haben wir noch ein day up ich habe überhaupt keine ahnung ach so da sind diese früchte drin die da drauf sind also da haben wir einmal ananas apfel und banane und kokos und hier hätten wir einmal apfel erdbeere weizen und pflaumen okay so dann haben wir hier nochmal ein bex alkoholfrei blue hat man auch schon so oft drin bex alkoholfrei und dann haben wir was anderes von bex so was haben wir hier Mr. Jim und Mr. Tom okay irgendwie sagt mir das was vielleicht kommt das aus Amerika hm irgendwie sagt mir das was irgendwie kenne ich das so dann haben wir wieder was von der Mutti und zwar geschälte Tomaten gut was haben wir hier noch was haben wir da oh Gott Birkenwasser Holunderblüte jawoll wofür kann ich das nehmen wofür kann ich das verwenden kann ich das einfach so trinken oder boah ja und schmeckt gut gekühlt am besten also kann ich das sofort trinken das eh ja das ist kann man trinken okay und dann haben wir noch ein Day Up diesmal mit was ist das Banane auf jeden Fall Birne nochmal Weizen Blaubeeren ich würde sagen das Banane boah dann würde ich jetzt aber auch mal wirklich echt eins aufmachen ich würde sagen ich mache das hier mal auf ich würde sagen ich mache das hier mal auf jetzt schauen wir das nochmal an äh für alle hier so okay bin ich gespannt also riechen tue ich noch schon mal gar nix also riechen tue ich noch schon mal gar nix boah boah aber erstmal mein zuckerfreier red bull boah ist das ekelhaft ey also einfach nur periert zusammengemixt und das war's boah es ist ja schon ekelhaft wenn du das da raus trinkst und sagst du komm boah na das ist nix für mich ich mag auch nicht es gibt auch von Fruchtzwerge glaube ich auch so in so einem Teepapack ja von Fruchtzwerge kannst du einfach halt dann so raus das mag ich schon nicht also ich esse es zwar ist okay aber oh ne es ist schon es ist nicht irgendwie mag ich das nicht so aus dem Ding da zu saufen oder zu essen so das ist schon für mich zu ekelhaft so dann haben wir nochmal ein Bags Alkoholfrei blue gut Box ist leer glaube ich oder boah Box ist leer weiß ich aber nicht was mein Sohn eigentlich ausgegessen hat ja keine Ahnung entweder es waren die Sticks da die Cabanossis aber gut gut dann schauen wir mal also die Bags kosten jeweils 99 Cent dann Alnatura Birkenwasser kostet 1,99 Euro der Red Bull zuckerfrei kostet 1,39 Euro kostet 1,39 Euro dann Liken Urkorn Eiweiß Brot kostet 2,29 Euro bis 2,49 Euro dann der Dewelei Honig Senf Dressing kostet 39 Cent dann der Dewelei Joghurt Dressing kostet 1,29 Euro dann die dann die Mr. Tom und Mr. Jim Riegel also Mr. Jim kostet 59 Cent und Mr. Tom 49 Cent das ist das Produkt des Monats ok 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 so dann die Kokosnuss Milch Wasser keine Ahnung kostet 2,79 Euro echt krass ich würde mir sowas nie kaufen davon davon kriege ich ja 5 ja mach mal 4 äh Milch davon 4 was 4 4 1 Liter ja kriege ich auch 4 Tetrapaks Milch so dann die Carbonossi Stickies kostet 99 Cent dann der Fria Chia Samen Getränk kostet 1,99 Euro dann die gute Mutti ne geschälte Tomaten so da ist das Deutsche drauf kostet 1,39 Euro Misma der Pfirsich der West der Toskanische Pfirsich Pfirsich Tee kostet 2,19 Euro boah Wahnsinn dann die die Manna Waffeln kosten 99 Cent und die 3 Tenrapaks kosten jeweils 99 Cent so was nicht knackiges so und dann haben wir ein Rezept Käse und Tomaten Quiche so so schau das aus dann zeige ich euch noch den Inhalt einfach auf Stop machen so ja das war's jetzt wenn das Video euch gefallen hat macht einen Daumen nach oben achso und ich habe vergessen das letzte Video habe ich leider gelöscht von der Gustavox also ich hoffe diesmal löste ich es nicht und ja wenn das Video euch gefallen hat macht einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder bis dahin sage ich bleibt dran bis dann euer Steffo ciao ciao zuckerfrei zuckerfrei i am